Tom Cruise, ein Rabenvater? Katie Holmes sich zu den Gerüchten. Suri Cruise, 16, feiert im April ihren 17. Geburtstag und plant derzeit ihre Zukunft. Wie Daily Mail berichtete, hat sich die Teenagerin bereits bei mehreren Colleges beworben. Sie tendiere jedoch stark zu einem Modestudium in New York. Beim Bewerbungsprozess habe Mama Katie Holmes 44, sie tatkräftig unterstützt. Ihr Vater Tom Cruise, 60, habe dabei allerdings keine Rolle gespielt. Da er schon lange kein Teil mehr von Suris Leben sei. Er soll seine Tochter bereits seit einem Jahrzehnt nicht mehr gesehen haben. Hieß es nun meldet sich Holmes zu Wort. Es sind heftige Anschuldigungen, die eine Holmes angeblich nahestehende Quelle gegenüber Daily Mail äußerte. Tom Cruise würde sich nicht für Tochter Suri interessieren, habe sich längst entfremdet. Das will Katie Holmes offensichtlich so nicht stehen lassen. Die Sprecherin der Schauspielerin sagt nun gegenüber Express. Dass jene Behauptungen voller Ungenauigkeiten seien, welchen Aussagen genau es an Präzision fehle und welche der Wahrheit entsprechen, lässt sie allerdings offen. Die Beziehung von Tom Cruise und Katie Holmes war von Höhen und Tiefen geprägt. Fans werden wohl niemals den Moment vergessen, als der Schauspieler 2005 in der Oprah Winfrey Show euphorisch auf der Couch herumsprang und seine Liebe zu der Dossenskriegdarstellerin proklamierte. Ein Jahr darauf folgte die Geburt ihrer Tochter und die Hochzeit. Doch die Ehe sollte nicht halten, Katie Holmes zog 2012 einen Schlussstrich. Angeblich, weil sie Suri nicht als Scientologin erziehen wollte. Cruise Hingabe zu der religiösen Bewegung soll im Jahr 2000 auch der Grund für die Trennung von Nicole Kidman, 55, gewesen sein. Während der Hollywoodstar noch ein enges Verhältnis zu seinen gemeinsamen Kindern mit Kidman. Isabella, 30, und Connor, 28, hat, soll er sich von Suri jedoch entfremdet haben. Suri kennt ihren Vater nicht mehr und hat seit einem Jahrzehnt keine Zeit mehr mit ihm verbracht. Sie schaut sich seine Filme nicht an, er spielt keine Rolle in ihrem Leben, sagte eine Quelle vor kurzem gegenüber Daily Mail. Dennoch werde der Mission Impossible Darsteller für die Studiengebühren seines Kindes aufkommen. Denn laut der britischen Publikation gehe aus den Scheidungsunterlagen hervor, dass Cruise seiner Ex-Frau monatlich 400.000 US-Dollar, umgerechnet etwa 370.000 Euro, zahle, bis Suri 18 Jahre alt ist. Außerdem habe der 60-Jährige zugestimmt, alle Kosten für Suri zu übernehmen, einschließlich medizinische, zahnärztliche, Versicherungs-, Ausbildungs-, College- und andere außerschulische Kosten. Anführungszeichen. Tom hat sich immer an seine Verantwortung gehalten, wenn es um finanzielle Verpflichtungen gegenüber Katie und Suri ging. So die Quelle. Warum genau der Kontakt zu Suri abgebrochen ist, bleibt unklar. 2019 erklärte die Autorin Samantha Domingo gegenüber Us-Wigli, dass Tom keine Beziehung zu Suri haben durfte, weil sie keine Szentologin ist. Dies bestritt der Schauspieler allerdings. Eine Vaterfigur scheint der 16-Jährigen allerdings nicht zu fehlen. Im Gegenteil, von einer alleinerziehenden Mutter in New York aufgezogen zu werden, hat Suri zudem gemacht, was sie ist. Katie hat Suri immer an erste Stelle gesetzt und Suri liebt ihre Mutter mehr als alles andere. Sie ist ein kluges Mädchen und entwickelt sich zu einer sehr intelligenten, reifen Frau. Sie hat eine sehr enge Gruppe von loyalen Freunden und weiß genau, woher sie kommt. Nun beginnt die Jugendliche bald einen neuen Lebensabschnitt, dass sie womöglich eine Universität in New York besuchen wird. Dürfte Holmes gefallen, da sie sich laut der namentlich nicht genannten Quelle wünsche, dass ihre Tochter in der Nähe bleibt. Katie ist sehr stolz auf sie, aber sie ist auch extrem überfürsorglich. Doch ganz gleich, wo Suri ihre Ausbildung genießen wird, ist eines sicher, auf die Unterstützung ihrer Mutter kann sie zählen. Verwendete Quellen, Delimilco-Uk, Osmagazine.com Untertitelung des ZDF für funk, 2017